Ich bin Zoe und das ist mein Kumpel John. Er kommt mir bekannt vor, als wären wir uns schon mal irgendwo begegnet. Der ist irgendwie gruselig, der Typ. Er könnte glatt ihr Vater sein, Dad. Du solltest gut aufpassen, wo du hintrittst. Gehst du schon schlafen? Sie sieht gern zu. Schließ deine Augen. Willkommen in der Halle. Neu hier? Hier scheint ja jeder jeden zu kennen. Dich kennen wir noch nicht. Ja, freut mich sehr, John Stone. John, du hast Besuch. Kann ich etwas für Sie tun, Deputy? Er wurde 2008 bei den Marines entlassen, nach 18 Monaten Haft wegen persönlichen Fehlverhaltens. Dieser Scheiß-Cop ist uns auf der Spur. Die Stadt ist betrebsam. Wer sich zu lange hier auffällt, kommt vielleicht nicht mehr weg. Im Grunde stehst du genauso drauf wie ich, oder? In unserem Haus muss jeder seine eigene Sauerei wegmachen. Ich weiß nicht, wie das geht. Dann hat es Zeit, dass du es lernst. Er wird nicht aufhören, glaub mir. Ich überlasse dir die Wahl. Ich hätte auch gern eine gehabt. Die Party ist vorbei. Ich bin ein Jäger. Ich dünne die Herde aus, wie es mit Wild geschieht. Oder mit irgendwelchen Schädlingen. Ich werde dich mit Freude zerlegen. John!